Hier stehe ich bei einem besonders hübschen, interessanten Restaurant. Ein mexikanisches Restaurant. Ich gehe mal ganz kurz rein. Es ist wirklich sehr hübsch einrichten. Man hat hier auch die Möglichkeit, Dinner einzunehmen am Abend direkt am Pool. Wobei man doch wirklich sagen muss, die Aussicht ist wunderschön. Wenn wir noch überlegen, ob ich mich heute Abend zu meinem Geburtstag hier einladen lasse. Und dann sehr wahrscheinlich am Poolplatz legen. Mal gucken, wie das mexikanische Essen so schmeckt. Nun lasse ich das Restaurant wieder.